Wir können glücklich wieder zwischen 9 und 10 hier in der Marienplatzgalerie ankommen. Also vielleicht sogar unter 24 Stunden. Wir mögen dann Leute auch symbolisch, wir können vielleicht schon mal was durchsagen. Wir haben hier schon für die Tafeln gespendet und jetzt hoffen wir, wenn wir über das Land fahren und Ostseewelle-Hitradio das Ganze dann auch nochmal original vor Ort betreut und natürlich auch durchsagt, wo wir überall sind, dass dann ganz, ganz viel Geld zusammenkommt und wir morgen den Scheck noch auffüllen können. Ja, das ist mir gut. Das ist mir gut. Ach naja, mir hilft ja nichts. Das ist mir gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020